Jetzt zeige ich Ihnen, wie Sie die Ersatzteile für Ihr Montagesystem identifizieren können und in unserem Online-Shop entsprechend finden. Als erstes melden wir uns an. Und hier finden Sie eine Verknüpfung zu unserem Trainingsportal. Auf Ihrem Montagesystem finden Sie einen Aufkleber mit einem QR-Code und Sie kommen auch direkt zu unserem Trainingsportal, wenn Sie den Code scannen. Die Zugangsdaten für das Trainingsportal bekommen Sie von Ihrem MDS-Betreuer. Und hier sehen Sie Produktdokumentationen zu Ihrem Montagesystem. Hier können Sie sich die E-Learnings anschauen und beispielsweise das Betriebshandel. Und unter auftragsspezifischen Dokumenten finden Sie die Ersatz- und Verschleißteillisten. Hier haben wir auch die Baugruppenübersicht. Da sehen Sie die zugehörige Zeichnungsnummer oder die Artikelnummer. Diese können Sie verwenden, um das Bauteil in unserem Online-Shop zu finden. Hier haben Sie die Führungseinheit. Wir können die Stückliste jetzt aufklappen und hier sehen Sie die Komponenten der Führungseinheit. Diese sehen Sie auch hier weiter unten in der Ersatzteilliste. Hier ist die Führungseinheit und hier die Komponenten. Wir können beispielsweise einen Artikel skopieren. Nach diesem Artikel suchen. Und hier finden Sie diesen Artikel. Den können Sie entsprechend in den Warenkorb legen und mit Ihrer Bestellung fortfahren. weitun. Vielen Dank.